ich sind da warte mal ja wir haben um gasträne bekommen für trank sauber lol same word same time mal wieder sauber wo bin ich ich bin hier irgendwo auf dem dach ist nur dusch mit dem druck Leute ja ich habe gerade nur so einfach ganz gechillt den Sprung über die Lava gemacht bestimmt die Lava sind da wo du letztens was drin da wo du letztens runtergefallen bist aber nicht mit dem hochbauen sondern da guck mal wer nicht schafft den Sprung und dann nimmst du so einen Lauffeld da hinten runter ja komm her ich bin ein bisschen bereit für Parkourlauf so wo bist du denn jetzt ja komm her ja wo bist du denn hier oben hier komm her komm her sie guck dir zu miese Jump alter jetzt komm ein Jump wo bist du denn ey ach das bist du gar nicht das sind nur Schweinemänner ich dachte das bist du komm her hier oben wo bist du denn hier oben wo oben hinter hier wo auf dem Dach hallo ich steh dich nicht hallo ach da hallo ich dachte mir warum bin ich denn runtergesprungen ich dachte das wäre so oder was das ist auch voll geil aus ja ich bin auch Schwein weißt du Schwein komm mal her komm mal jetzt einfach instant run so scheiße runterfallen komm mal her alter guck mal mieser Jump alter bum bum komm her ich zeig dir wo ich wo denn hier bin ich einfach mal ganz gechillt rüber gejumpt also nicht hier sondern hier war das von da wo du jetzt stehst hier hinten einfach so ganz gechillt ich bin von da hier hin soll gebrannt ob er kann ich mit Pilze machen hier wo ich gerade so ey warte nimm das wichtigste da die Gastrinne ich so hier so oh hier sind Pilze ja genug wo 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 ab wo jetzt machen wir das alles mal ein bisschen gefährlicher egal ich stehe auf gefährlich na traust du hier rüber aber älter das ist nicht k 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 b k k k k k k traust dich das Service k k es hat gerade FPS-Click, so wie jetzt ich schweb hier in der Luft und ich hänge in einem Stein drin ich hänge in einem Stein drin ich hab keinen Stein mehr zum Hochbau und nämlich halt nach Glowstone mh, genau findest du es zurück zu mir? ja ok ich baue hier erstmal zu so behindert, alter traust dich das hier, bumm ja, mach ne, alter das können du, Styler können du, Gaylord also du also du, ey also du ja, du bleibst, gleich tränkst du also du da kommen diese Jump-Action wo bist du denn jetzt? ach, da, hei ja hab deine Sachen ach ne, kann man gar nicht runterfallen, alter das schaffen wir schon, komm doch mal her ja, jetzt gemein Sachen Diamant-Schwert-Diamant-Hacke warum nimmst du auch Diamant-Dach mit in Nether? da warum nicht? hm 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 q hat das geschafft? ja ich hab das grad auch ab um es ist es geht Pinball dann in der Tat und dann aus Tetris die Behinderung Aber, wieso trifft er nur mich? Alter! Ey, helfen mir mal. Oder bau hier mal lieber alles zu, damit ich hier nicht runterfalle. Na, komm her. Voll auf mich, auch, Alter. Ah, schon wieder. Junge, da trifft nicht der Pisser. Da mag mich. Ja, mich aber. Wie tust du das? Wie sieht das aus? Ah, ich bin teuer gelaufen. Warte, ich mach das eben aus. Wie ich überstehe. Aua! Wo ist der? Der war voll ins Feld. Richtig ins Gesicht. Richtig ins Gesicht. Ey, wo sind meine Brote? Ich hatte sechs Stück noch. Ach so, ja, den geb ich dir gleich. Ich hab kein Hunger mehr. Äh, ich hab keine Hunger mehr. Ich hab Hunger. Komm her, du, Gars. Und? Ich hatte noch Fackeln. Komm her, du, Gars. Komm her, komm her. Hallo, ich hatte meinen Bogen noch. Verdammt. Hallo, mein Bogen, meine Pfeile. Verdammt. Mein Bogen, meine Pfeile. Der gibt mir erst meinen Bogen, meine Pfeile. Achtung. Mein Bogen, meine Pfeile. Bogen, meine Pfeile. Bogen, meine Pfeile. Mh. Wir clean. Bogen. Pfeile. Da ist nur noch ein Pfeil. Das ist der entscheidende Pfeil. Wo ist der? Wo ist der, Pisser? Ich hab's noch getroffen. Kannst du den Pfeil... Ach, wir haben keine Feder. Wir haben keine Sticks. Ich hab keine Flint. Ich will auch Pinball spielen. Das Gesicht, Alter, wenn er was abschießt. Alter, woher... Das ist voll nah, Alter. Ich kann ja auch mit Schwert schlagen. Ist aber runtergefallen. Ich lagte gerade mit Schwert. Leute, das ist hier ein anderer, der ist ja voll groß. Ich hab Hunger. Shit. Ich bruche Brot. Ich hab's noch erst mal gechillt essen. Geh du mal feiten. Ich hab nur vier Herzen. Ich hab dir aber schon mit... Ich hab dir mit Schwert zweimal gehetet. Hahaha. Deine Lederwitz ist weg. Nein. Die war von Ed ladig. Ed ladig. Du müsstest du gar... Bo geh weg. Bo. Abo. 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 Ach, da hinten... Würbel. will letzte Pinball 3D in Minecraft Grafik mit Tetschabek ich um 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 hast du noch feile leone wusste bis dahin gehen den bau besser 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 wo bist du ja wo bist du denn was hat er auf sich geschossen ach der steht einfach hinter mir eiskalt hilfe jetzt geh mal weiter nach unten ja traust dich nicht näher weil ich dich damit mein diamantschwert schlage ja mach doch hier vorher habe ich habe mich hier eingegraben ich wollte das gegen die könnte es mir vielleicht sehen unter umständen ich bin meiner kummer ja ja was ist tot nein noch nicht komm her ich glaube wenn du tot bist dauert noch fast ach guck mal ja kann ich gucken ich hab mich eingraben ja ich bin ungeschützt geh weg ich bin ungeschützt und meine steine meine steine und hier ist der auch warte ja ich halte ihn ach ach da hinten jetzt schießt ich hab ich auch grad die ganze zeit ne ich war ich war über dir da oben auf diesem balkon komm mal mit hier ist voll gezielt hier oben ich bin hier ich mach den grad kaputt alter nein bro komm mal mit komm ein höher was für ein höher wo geht denn höher hier wo ist der ja und jetzt wo ist denn der da 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 hinten komm her du pisser ja ich ja wir schlagen uns gegenseit ich hab noch ein HP ich geh jetzt auf Tower ja das passiert mit Campern also er hat auf zu Cam hier Peter ich geh in meine nächste Position guck mal wo ich chille hallo ich hab Angst ich hab Angst ah gas wo ach da der haut ja wieder ey ich muss kurz weg auf ne Pause kurz auf ne Pause auf ne Pause jo